Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler YouTube-Glockengießer Wenn der Christbaum brennt Tinas Vater ist Feuerwehrmann und Tina möchte selber auch mal zur Feuerwehr gehen, wenn sie groß ist. Im November hat Tinas ganze Schulklasse die Feuerwehrstation besichtigt. Die Mädchen und Jungen durften in die Feuerwehrautos klettern, die Schläuche aufrollen, auf dem Sprungnetz herumhüpfen und eine hohe Leiter hinaufklettern. Am meisten Spaß machte es, Alarm zu spielen und in Höchstgeschwindigkeit vom Aufenthaltsraum über die Rutschstange zu den Fahrzeugen hinunter zu flitzen. Tina war natürlich die Schnellste. Hinterher spendierte Herr Florian für alle Kekse und Cola. Die ganze Klasse war begeistert von diesem Ausflug und Benno sagte zu Tina, »Du, Tina, dein Vater ist toll!« Da war Tina sehr stolz auf ihren Vater. Aber jetzt war sie sauer auf ihn. Es ging um den Christbaum. Genauer gesagt um die Christbaumbeleuchtung. Mama wollte nämlich echte Kerzen am Christbaum haben. Elektrische Kerzen sind ungemütlich. Das ist etwas für Vorgärten und Warenhäuser. Nein, in meinem Wohnzimmer möchte ich am Heiligabend echtes Kerzenlicht am Christbaum. Auch Tina und ihr Bruder Theo fanden, dass echte Kerzen viel schöner waren. Aber Papa ließ nicht mit sich reden. »Kommt nicht in Frage. Es gibt jedes Jahr so viele Sondereinsätze wegen Christbaumbränden. Mir ist das viel zu heikel. Und die Blamage, wenn dann ausgerechnet bei mir selber der Baum brennen würde,« brummte er. Mama meinte, diese Furcht vor dem Feuer sei übertrieben. Und das bei einem Feuerwehrmann, der ja genau weiß, wie man Brände professionell löscht. »Vielleicht sollte Papa mal zum Psychiater.« Da gab es einen Familienkrach und Papa und Mama redeten zwei Tage nicht mehr miteinander. Vor Weihnachten kam es dann zu so einer Art Versöhnung. »Wir schmücken den Baum einfach doppelt so gut, dass man die elektrischen Kerzen als solche kaum wahrnimmt,« schlug Theo vor. »Es ist nicht der erste Christbaum, den ich in diesem Jahr schmücke.« Theo war sechzehn und machte eine Dekorateurlehre in einem großen Kaufhaus. Er vollbrachte wahrlich ein Wunder. Er schmückte den Baum in verschiedenen Rottönen mit roten Sternen, roten Äpfeln, roten Bändern, roten Ketten und rotem Lametta. »Jetzt fehlen nur noch rote Kerzen,« sagte die Mutter. »Echte.« Aber der Vater blieb stur. Der Kerzenstreit legte sich am Heiligabend wie eine Wolke auf die Weihnachtsstimmung, auch wenn keiner mehr etwas dazu sagte. Endlich war es kurz vor sechs. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde eingeschaltet und alle warteten darauf, dass um sechs Uhr die kleine Weihnachtsglocke erklang. Aber erst musste der Baum brennen. Das war Papas Aufgabe. »Wir sind fertig. Du kannst den Baum anknipsen,« sagte die Mutter mit einem leichten, spöttischen Unterton in der Stimme. Als der Vater dann im Weihnachtszimmer den Stecker in die Dose steckte, dachte er, komisch, irgendwie ist es tatsächlich schöner und feierlicher, wenn man echte Kerzen anzündet. Aber natürlich sagte er das nicht laut. Er legte die CD mit Weihnachtsliedern auf den nagelneuen CD-Player, der war in Überraschung zum Weihnachtsfest. Dann löschte er alle Lampen aus, nur noch die elektrischen Kerzen am Christbaum leuchteten. Er öffnete die Tür und sagte feierlich, »Ihr könnt ja reinkommen.« Die Familie trat ins Zimmer. Der Vater bückte sich, um die elektrische Eisenbahn einzuschalten, die eine neue Lok und einen neuen Trafo bekommen hatte. Eine Überraschung für Tina und Theo. Doch da war es plötzlich auf einen Schlag stockfinster. Die Musik verstummte. »Die Kerzen sind hin,« sagte Tina. »Macht mal eben die Lampe an,« bat Papas Stimme aus der Finsternis. »Geht nicht, kein Strom da,« sagte Tina nach einem vergeblichen Versuch. »Ich müsste irgendwo eine Haushaltskerze haben,« sagte Mama und tastete sich langsam in die Küche. Papa ging dann mit der brennenden Kerze in den Keller. Die Sicherung war durchgebrannt, aber leider war keine Ersatzsicherung mehr im Haus. Die letzte war Papa beim Austesten der elektrischen Eisenbahnverbindungen durchgeschmort. Es war unmöglich, jetzt zur Zeit der Bescherung bei den Nachbarn zu klingeln, um eine zu borgen. »Ich wüsste was,« sagte Tina. Sie holte ihr Weihnachtsgeschenk für Mama. »Es war ein Päckchen mit echten, nicht tropfenden Bienenwachskerzen. Und dazu einen Wassersprüher, so wenn man ihn zum Anfeuchten der Wäsche braucht. Der ist zum Löschen, falls die Zweige doch mal anfangen sollten zu kokeln,« sagte Tina. »Danke,« sagte Mama und umarmte sie lachend. Mama steckte die Kerzen an den Baum. Papa zündete sie an. Dann setzten sie sich aufs Sofa und sangen Weihnachtslieder. Es klang zwar nicht so schön wie von der CD, aber es war viel stimmungsvoller. Es wurde eine wunderschöne Bescherung bei Kerzenlicht. Es gab zwar hinterher auch kein warmes Essen, weil der Herd nicht funktionierte, bloß Butterbrote, aber das störte keinen. Alle waren froh und zufrieden, bis draußen an der Feuerwehrstation die Luftschutzsirene mit Feueralarm ertönte. »Wartet's ab, bestimmt rufen Sie mich gleich an,« sagte der Vater. »Und so kam es auch.« Dann sagte der Vater, »Sondereinsatz, ein Christbaum brandt. Ich muss los.« »Wie schade,« sagte Tina, »wir haben noch mehr Kerzen vom letzten Jahr gefunden, die übrig sind. Wir könnten noch lange weiter feiern.« »Du darfst aufbleiben, bis ich zurück bin,« sagte der Vater, als er schon in der Tür stand. »Ich bring aus der Feuerwehrstation eine neue Sicherung mit. Dann spielen wir alle noch mit der elektrischen Eisenbahn.« »Ich bin, » ich bin, » du darfst aufbleiben, aber das ist das, свой gerade mysteriönt.« »Immel, » ich bin, » du darfst aufbleiben, aber das ist das, sei denn, das ist das. »Ich bin, » du darfst aufbleiben.« »Ich bin, » du darfst aufbleiben, aber das ist das, ein sehr, sehr, sehr.